das kann ich eigentlich nicht erreichen aber so wochen Prozent ja nach oben Nini ach man immer dieses raufbeam und runterbeam ach man egal was scheiß drauf aufschießen langsam rennen natürlich man muss ja nicht mehr rennen okay 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 los geht's hier Nini Nini Kacke man so richtig schnell machen können aber nö, hält man ja nicht für nötig und auch nicht wollt schon sagen weh du lässt dich von ihm erst treffen der Pferd ein Ende gewesen du Mischstück okay okay verstehe verstehen genau im Abschießen alle abschießen alle abschießen alle was mir so in den Gegend kommt äh aber nicht untervermeidigt Alter aber tief das kann sie wieder springen und erinnern und ein Walljong kann sie erinnern klar ja nach oben steht noch mein Nick ja schon so und wir hören jetzt unser letzte Item was wir brauchen also unsere letzte Ausrüstung und ihr werdet auch gleich sehen was das sein wird Ach ne die sind ja wieder so ne scheiß Dinger älter damit du mir an den Weg stehst hallo 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 ok ok ähm 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 ach so ja grab dir mich mein Nick ja krass Sache älter hallo hallo du bist mir zu langsam älter oh springen Mann krass älter mein Gott älter na 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 endlich Mann hat er lange genug dauert so 95 Raketen ja können wir mal 5 verbrauchen ok so oh jetzt sind wir hier lang jetzt ja ah verstehe 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 ok hut bl 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 sooo sieht voll geil aus wie die Teichel bling 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 der X-ray Scope und wofür der gut ist werde ich euch auch gleich demonstrieren Demonstrieren So okay Und der ist nämlich dafür da Okay Dieter Dieter Der offenbart uns Geheimnisse und Geheimwege Es ist wie ein so ein so ein so eine Röntgenbrille ist das da Und er kann ganz schön hilfreich sein so okay verstehen wir jetzt okay Rohm bommeling Okay Der ohne roh mit am Röhr Dort wird 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 Lululu Albert macht ein älter Ich bin mit absichtlich jetzt wieder den weg verspürt Head so an Den Gremmel binglinger DD Hahahaha Krass alter So wir sind wieder Spring doch mal Ja springen gegen die Decke und verlässt dich alter Ah voll Blase Wer wagt es dir mir Schaden zu machen und ich mach dich tot Ich mach dich auch so tot Ob wenn du mir keinen Schaden hast So wir haben jetzt alles Für unsere Ausrüstung Im Kampf gegen Mother Mutter Gehirn Ja Mutter Gehirn Powerbombe wieder mal legen Wird überhaupt wieder weiter kommen Halk es gibt Bock einzusammeln Obwohl doch Wird wieder voll Jut Manchmal mal legt die schon ein paar echt gellige Dinger hin Und wir sind zurück in dem Uwe und du brauchst ja Ja ne einbinden M Ok 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 Äh ach ne können wir ja noch Wir müssen erstmal Das wärs mal ein bisschen blöder Och man Gott Samus älter Hey sie wollen wir auch schießen der Ist ja nur gut und Naja ist ja ruhig kaputt machen können Die sind nur komische Ding So Ne wir müssen nach oben Äh nach oben hab ich gesagt nicht nach unten Wer muss ich dir denn noch sagen Mal sonst manchmal Frauen so begriffsstutzig sind Mant So Ah Mann krass man Lassst und nicht weiter Musch weiter platzen Aua Ja Ja, was machst du da? Machst du Breakdance oder was? Ja, Mann Ich muss dich doch von dieser Pflanze nicht fressen, Mann Wieso macht die sich selber so ein Okay, wollte schon sagen Lehe Okay, 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 ja, safen Okay Gut Äh, Mann Aber die Kalken sind gut, die gehen immer schön für Energie So, nach oben Raufbeams, Gotti Oh, ich muss dann mal was trinken Ich hab einen trockenen im Mund und Hals Oh, Tequila Ist doch was geil, jetzt So, okay So, nach oben So, sieb, 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 den kaputt machen Ja, verstehe, verstehe, aber was steht überhaupt noch? Ähm Und jetzt noch ein Beamer, zwei Dinger fehlen uns noch Was fehlt uns? Äh, wir fehlen uns da noch Äh, ne, ne, ne Okay Okay, 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 okay Äh, was fehlt uns denn noch? Also uns fehlt auf jeden Fall noch ein Feud Äh, Mist fehlt uns noch Und eben Boots Ah, ne, okay Ich will schon Ich will schon Alles klar Ups, hell Automatisch, ja Klar Warum nicht? Und zügig So Okay, okay, okay Da oben Da oben sind so ne kleinen Blöcke Und der ganz letzte Block ist ganz rechts Ähm, wenn man da zu lange dran ist Äh, geht ihr auch mal weg und man fällt runter Will ich euch gleich zeigen Äh, nicht schießen Genau das meine ich Okay, hab ich jetzt nicht verstanden warum Aber was soll's, okay Egal, aber was soll's, egal Kommt noch, kommt noch So Mh, 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 mh Gut, okay, okay, okay Wollen wir mal weiter hier jetzt? Äh, okay Vielleicht ist hier hier irgendwas? Gucken Äh Okay Und Bumbling Nee, hier ist nicht, alles klar Okay Und wieder nach oben Da unten waren Steine, aber da hab ich jetzt keinen Bock hinzuhigen Äh Wir müssen Den Grappling Beam wieder benutzen Oh, da nicht runterrennen, Mann Kranke Sache So Guckt genau nach oben hin Da Weg ist er, Herr Ist mies, oder? Und stellt euch mal vor Unten wär's Lava Und die kommt da nicht mal raus Oh, mies Da gibt ja auch, äh, gibt doch Heckpersonen und Habt mal ja Zuflächter von Ihnen gespielt Äh, das war ja So dermaßen Krank und hart Äh, das war mir zu viel gewesen Verknock Chu Wir Wir w Vielen Dank.